Musik Hey Leute, willkommen zur zweiten Runde Der Rise of Orient Map Von dem Opalien Event Und hier sind wieder ganz viele Leute, natürlich genauso die gleichen wie vorher Und ich hab mir die letzte Aufnahme nochmal angeguckt, ich hatte ja Irgendwie fast volle Herzen Und er hat mich gewonhitted Ich versteh's nicht, das darf eigentlich nicht sein Ähm, anscheinend hat er auch Viel mehrere gewonhitted, ich weiß nicht, was mit dem Typen da los ist Ähm, ja, gucken wir einfach mal, wie die zweite Runde läuft und, ähm Yo, ich hoffe mal, es geht dann gleich mal los Weil, 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 weil Weil, 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 zocken Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon So, ja, guck mir einfach mal hier so ein paar andere Menschen an Ich hab ja kein Optifine drin Hehe Aber egal Hallo Gomme Ähm Ich glaub ich renn wieder in die Mitte Ist einfach Keine Ahnung Ist sicher da Und, ähm Jetzt wurde auch der Server gereloadet Das heißt, man kann jetzt Essen verlieren Davor ging das ja irgendwie nicht Deswegen, ich hatte ja so viel Essen Und, äh, hat mir eigentlich ja nichts gebracht So Hoffentlich geht's dann jetzt gleich mal los Und, äh, hoffentlich passt diesmal alles besser oder so Keine Ahnung, ob das jetzt gut ist Und, ähm, ja So 29 Ja, macht mal hin, äh Schlimm, schlimm, schlimm Ja, los hier Los Los Geht los 10 10 Achso, ich dachte es 10 Oh, ist geht los Ich hab gar nix Cool Wir wurden alles wieder aus dem Inventar gesnackt Ich bin so schlau und kann mit Wir können Melonen abbauen Ist erstmal ganz wichtig für Essen Oh, da hat er ja schon eine Kiste gefunden Die war direkt nebenan Ah, super Oh, leck mich doch am Arsch Da, da, hier, ey Ihr Kistenfeinder, ey Ah, schnell Ich weiß nicht, wohin Ich weiß ja noch ein paar Kisten Aber soll ich da wieder hingehen Oder, beziehungsweise Ich bin jetzt mal ganz woanders Ja, cool Äh Yay Bin einfach nur in irgendeine Richtung gegangen Aber Ist egal Wir geben unser Bestes vorhin Haben wir auch Sachen gefunden Auch wenn wir es nicht kannten Beziehungsweise ich es nicht kannte So Äh Yo Keine Ahnung, wohin Wirklich keine Ahnung Oh Auf einmal baut sich wieder alles auf, ne Standard Oder was Oh, oh Grazie periode Die ist weg Ob Pfeile Das sind ja Ist ja Ist ja so ein praktisches Gut Das ist ja Aber diesmal direkt von Anfang Schwert Oh, mein Essens-Sound Wo ist mein Ah, jetzt ist er wieder da So Okay, wir haben Schwert That's good Very good Und so Gut Läuft mal besser als vorhin Zumindest Von der Schnelligkeit des Findens her Wie auch immer So Alter Wollt ihr mich Achso Das ist Äh Hä Willst du mich verarschen Verarsche Ich hab doch grad auch eine Küste gehört Da Sparkylein Der ist auch hinter jemanden her Da 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 Spark Spark Ach komm schon Okay, da hab ich ihn Tut mir leid Spark Ich hab ihn getötet Muss leider sein That's the game So The game The game Ich Mongo Ach gut Meine Englischkünste sind so geil So Auch schon leer Äh Weiter geht's hier die Richtung Weil wegen Die andere Richtung ist auch Äh Äh Ah Nein Nein Bitte gib mich auf Bitte gib mich auf Ich renn weg Ich renn weg Ich bleib nicht still Und lass mich töten Nein Ich renn soweit ich kann Bitte verfolg mich nicht Bitte nicht Nein bitte nicht Nein bitte nicht Ah Ah Da ist Toto Ah Da ist Er ist die Expert Help me Er hat mich nicht verfolgt Derjenige da Wuh 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 Äh Eis ist schwer Und fast Alter Übertreibt es doch einfach mal nicht Hallo Hallo Mensch Hi Ich bin ein Mensch Und ähm Bin dazu veranlagt Andere Menschen zu töten Jetzt komm schon Nein Mama Komm schon Ja ne Hallo Was geht Wie geht's noch Ich weiß dass ich so bald wieder getötet werde Weil Ne Geil So Dankeschön Nein da ist jemand Haha Ich bin hier nicht Ich bin hier nicht Ich bin hier überhaupt nicht Man sieht mich nicht Ich bin unsichtbar Pitzel schlag mich nicht Nein Gott sei Dank hat uns dieser eine da aufgegeben Ich weiß nicht mal welcher wer das war aber Dieser eine halt Mit Eisenschwert und so Wo man halt auch voll die chance dagegen hat so nicht Hier im Spawn gibt es vielleicht auch ein paar Kisten wo niemand dran war Wer weiß Oder auf den Häusern oben habe ich auch ein paar gefunden Stimmt Okay 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 So man kann hier rüberspringen Ich weiß natürlich nicht ob es es bringt aber Man scheint nicht Öh Nicht da ganz runter Hier runter Also hier ist auch nix Okay Dann gehen wir weiter Von Haus zu Haus Nö Ich seh da wat Nennt sich Kiste Zumindest hier Nicht Aber hier Öh Bitte Bitte Ich will nicht getötet werden Oh Gott ich ran hier weg Oh hi 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 Mensch Nein Pet Nein Tu es nicht Da ist noch jemand anders Da guck mal da hinter dir Ja nimm ihn Nimm ihn Nimm den Tim Oh Tim hat aber auch wat Oh Tim ist aber tot Ja Weil Tim keine Rüstung hat Ähä Ich bin nicht da Nein Nein bitte schlag mich doch nicht Gut danke Oder ÄhäÄhä Erstmal noch mal weiter wegrennen Hi Hi weg 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 Oh Gott Warum haben die alle so gute Sachen man Äh Och alles was ich finde ist leer Wait weiter ahaha nett wo habt ihr das eigentlich her das ist doch viel zu unfair ja läuft bei dir oder was ey das ist doch echt ein plange ein bisschen fail haha und tschüss troller lol ich gehe auf den berg hoch und wie ich da hochgehe da werde ich hochgehen da werde ich hochgehen aber so hinten rum zumindest von da ich werde auf den berg hochgehen weil da ich werde auch nicht auf den berg hochgehen oder vielleicht doch hallo man aus mannhausen hei daraus es geht ab ich will dich nicht töten hab ich jetzt nicht vor weil schaff ich sowieso nicht boah cool ich schaff's hier hoch ich schaff das hier hoch zumindest ein rüstungsteil noch das heißt ich könnte vielleicht auf dem eisenrüstungsteil sogar noch irgendwas überleben aber auch nicht wirklich was so soll ich hier oben gammeln das wäre doch auch eine idee einfach hier oben übergammeln bis jemand kommt und dann ja wie man halt einfach mal wie ich halt einfach keine Chance habe aber es ist langweilig da sterbe ich glaube ich lieber bevor ich hier rumgammel so unten sind wir ein bisschen mehr Rüstung hammer hammer cool oder ich meine wir haben hammer wir haben wir mehr Rüstung hammer egal so äh jo ich meine läuft bei uns oder was läuft läuft überhaupt nicht aber kann man da nicht doch man kann da hallo wenn jetzt einer kommen würde ich wäre halt voll im Arsch aber ach da ist jemand hallo kampfscharf wer ist da unten damit hättest du nicht gerechnet ne auja hoch 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 geh hoch mhm mhm hoch schnell 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 alles einsammeln und wieder aufs Schiff rauf oder so schneller hoch pfuh so und dann geh ich jetzt da runter dann sieht man mich hier auch nicht unbedingt direkt so und ich merke wenn jemand kommt so ne Eisen Axt ne Hose hattest du nicht dabei oder wat ok ach doch da ist ne Hose ok gut dann haben wir schon mal ein bisschen was besseres gefunden au warte mal kann man das abbauen schade da hätte ich mir einen Bogen machen können weil ich hab ja den Holzblock und den könnte ich ja zu Sticks machen aber leider nein das wär echt cool gewesen das wär echt cool gewesen hm schade egal wir gehen mal da weiter oder so einfach nur um ein bisschen weiter zu kommen so vielleicht finden wir ja noch die ein oder anderen Schätze ich weiß ja nicht wir haben das hier ist auf jeden Fall Stärke von dem Steinschwert und wir können halt nicht äh critten ne Axt kann man halt nicht critten mit dem Schwert ja schon aber die Axt ist immerhin noch vom Damage her noch besser als ja ne Attack Damage ja ein Herz zumindest eins da keine Ahnung ob das ein Herz sein soll oder was anderes oh ich wollte Let's Play Together machen geht aber nicht könnt gerne Holz abbauen oh so warte mal hab ich da nicht noch eine Kiste gesehen so im Wasser hm oder hab ich wieder nur Halluzination nein ich komm wieder nicht raus wow nö ich dachte da unten wär wär Luft äh au falsch gedacht supi so oh bringt es uns was dort hoch zu gehen wir werden's gleich erfahren halt nicht wenn das Licht angeht aber halt ne so ne wir hoch gehen so toll hier geht's nicht weiter da hoch und ich da oben was sopa das ist echt geil weil hier oben einfach nix ist cool oder ich mein cool hier auch läuft so weiter geht's hm 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 Gott oh Gott ich hab so Schiss vor den ganzen Eisenrüstungstypen und äh Eisenschwert und alter das ist einfach voll unnormal hier eventuell Kisten platziert ne wär ne coole Idee dort oben drauf ne Kiste zu platzieren auf diesen Dingern die da oben wachsen nach oben wachsen sozusagen hm so die nächsten Runden die wir dann spielen sind Teamrunden alter Schwede ey da ist ja okay wer ist denn noch da keine Ahnung ich schau gleich mal im Chat bäh so vier Spieler noch yay so schlecht bin ich vielleicht gar nicht uh obwohl doch bin ich wait alter ja ja ist so drei yeah in der Top 3 uh ich bin dritter weil ich wahrscheinlich jetzt als nächstes sterben werde ist egal ah ich bin so schlecht oh Gott uah wartet wartet eventuell kann ich was machen wenn ich ins Wasser renne obwohl nein kann ich nicht was ist jetzt los was ist das was ist los hallo was soll denn der shit ah cool ich bin wahrscheinlich tot aber was ist das cool yo ich bin tot ich wurde dritter ich wusste es wir sehen uns dann in der nächsten Folge beziehungsweise in der nächsten Runde dann im Team und jo tschau Leute ach du kacke was soll der scheiß hier mit ja 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 Bis zum nächsten Mal.